Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Nasen-Überraschungs-Video. Dieses Video-Format ist ja in letzter Zeit ein wenig zu kurz gekommen. Und ich höre einen Ping auf dem Ohr, das heißt ich darf die Augen aufmachen. Und das ist Sprocket. Ich habe keine Ahnung was das ist, aber es hat wahrscheinlich irgendwas mit Panzern zu tun. Ja, das Nasentier möchte mich mit Panzer quälen, weil ich keine Ahnung von Panzern habe. So, wir haben Szenario, Sandbox, Sandbox... Ähm, Szenario, Sandbox und Sandbox Flat. Flat is Justice. Also Szenario, Sandbox, Sandbox Flat. Nochmal für die Pentacons unter uns wahrscheinlich. Dann haben wir hier den Showroom, Create Faction, Settings und Quit. Also was machen wir? Okay, das Nasentier bzw. die Regie sagt mir, dass ich Sandbox Flat überhaupt nicht auswählen soll, sondern Sandbox ohne was. Also die Opai-Sandbox wahrscheinlich. Und dann gucken wir da einfach rein. Achso, ich soll vor dem Klicken nochmal kurz Augen zumachen. Gut, ist ja kein Problem. Dann Klick und Augen zu. Und Augen wieder auf und ich höre was und ich sehe ein Panzer und eine Fehlermeldung. Missing, Commanders Coppola in the Commanders Compartment. Missing. Und ich glaube, ich stehe komplett falsch. Okay, das ist unser Panzer. Okay, hier kann ich mich umgucken. Ist so ein bisschen die World of Tanks Steuerung. Was ist denn das für ein Panzer? Der sieht ja witzig aus. Das ist bestimmt ein Skniuzzi. Und da hinten steht ein Geschütz aus dem Ersten Weltkrieg, welches ich jetzt nicht identifizieren kann. So, okay, was kann ich machen? Ich kann mich umgucken und wenn ich mich umgucke, dann dreht sich der Turm automatisch mit. Achso, die Regie sagt gerade, ich soll gerade noch sagen, dass das Spiel im Early Access ist und deswegen noch nicht final, deswegen meckern auf hohem Niveau. Okay, was könnte das für ein Panzer sein? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich sehe nur, dass da die Mündungsbremse drauf ist, die dann auch so beim amerikanischen M85 auftauchen wird. Und? Ist das ein Maschinengewehr? Ist das eine Maschinengewehrblende, da wo ich jetzt einen roten Pfeil dran mache? Moment, ich muss mich mal drehen, dass man es gut sieht. Hat der ein Maschinengewehr hinten raus? Ich finde ja schon die russischen Panzer mit dem Maschinengewehr, wo hinten aus dem Turm Maschinengewehr rausguckt, irgendwie ein bisschen komisch. Aber hier guckt halt ein Maschinengewehr einfach hinten aus der Wanne raus. Wie ist denn das gelöst? Wo ist denn dann der Motor? Ich meine, das Maschinengewehr muss doch irgendjemand bedienen. Oder ist das dann auch ferngesteuert? Okay, hier vorne sind dann wahrscheinlich die Klappen, wo die Leute einsteigen können. Hier vorne für den Fahrer und dann hier noch zwei Klappen. Kann ich näher ran? Ah ja, okay, ich kann näher ran. Hier noch zwei Klappen, hier so eine Türe. Dann hier abschleppen. Nee, Moment, sind das Panzerplatten oder sind das Klappen da vorne? Egal. Und ich sehe, das ist ein Wäscheständer-Panzer. Das heißt, der hat auch wieder einen Wäscheständer oben drauf. Und der hat dann Feuerlöscher oder sowas. Hier Feuerlöscher, gut in rot, damit sich der Panzer verrät. Zwei Baumstämme. Ach, okay, dann ist hier eine Axt. Verdammte Axt zum Prügel rausschmeißen. Aber ich gucke mal, ob ich losfahren kann. Okay, fahren ist einfach nach vorne, wehdrücken. Ah, ich glaube, das kenne ich. Ich glaube, das habe ich gesehen. Ich meine, das habe ich gesehen, als ich abends mit dem Handy vor dem Einschlafen noch ein paar Videos geguckt habe. Ich glaube, das ist der Räder-Wackel-Simulator. Und ich glaube, ich habe heute Morgen sogar Bilder auf Twitter dazu gesehen. Okay, mit A und D kann ich mich ganz normal drehen. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht irgendwie komisch die Ketten auftasten. Das heißt, ich habe eine ganz normale Ego-Shooter-Steuerung. So, wahrscheinlich, was ich machen muss, ist hier vorne auf diese Hügel fahren. Drauf zu fahren. So, dann drehe ich mich. Und wenn ich jetzt da über die Dinger gucke, dann kann ich meine Räder beim Wackeln zugucken. Das fand ich relativ interessant gemacht. Und zwar kommt jetzt der Räder-Wackel-Simulator. Wackel, wackel, wackel. Was relativ komisch aussieht. Ich habe leider keinen hohen, ikulen Panzer und weiß jetzt nicht, was das hier für eine Aufhängung ist. Ob das jetzt hier die Chrissy-Suspension ist, die einzige Suspension, die ich kenne. Aber ich glaube, dass das letzte Ding, das mit den Zähnen, das ist doch das Two-Sprocket. Oder heißt das Two-Sprocket? Ich habe keine Ahnung von Panzern. Ich glaube, da liegt der Antrieb drauf. So, jetzt kommen hier die nächsthöheren. Das sieht sehr ungesund aus. Aber trotzdem. Ah, ich kann noch schießen. Bleibt dabei der Panzer erstaunlich stabil. Natürlich kann ich dann auch rückwärts fahren. Okay, die 20 Sekunden habe ich wohl noch an Nachladezeit. Oh, ich kann noch anzielen. Dann wird der Motor ein bisschen lauter. Ach ja, genau. Das ist genauso wie bei World of Tanks, wenn ich jetzt hier so ein bisschen... Der weiße Kreis ist da, wo ich mit der Maus hinziele. Und dann folgt mir halt hier das Visier mit den Zürkornflexen, mit der geilen Bindungsbremse. Bums, die könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon wisst, was für ein Panzer das ist. So, dann gehen wir mal weiter. Hoppel, hoppel, hoppel. Und die nächsten. Okay, da kriegt er Probleme. Aber geht. Kriegt er hin, kriegt er hin. Boah, das sieht super ungesund aus. So, und das ist der Rädersimulator. Und natürlich muss auch ein Panzer in der Lage sein, Großerkenntnis aus dem Ersten Weltkrieg einen Schützengraben zu durchqueren. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Äh, nein, funktioniert nicht. Aber warum dreht sich das noch? Ich drücke gar nichts mehr. Okay, jetzt habe ich gedrückt. Ähm, ich glaube nicht, dass es richtig ist. Wenn ich drücke, drehen sich auch diese drei kleineren Räder hier. Ich glaube, das ist falsch. Aber wie gesagt, wir können auf hohem Niveau ist Early Access. Und die andere Kette bewegt sich gar nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Okay, wir kommen hier wieder raus. Gar nicht. Kann ich hier noch irgendwas drücken oder so? Ja, ich höre gerade aus der Regie, dass es wirklich ein Bug ist. So, ich muss hier wahrscheinlich wieder raus. Und die Regie sagt, äh, ich habe irgendwie einmal, bin ich falsch abgebogen. Das ist überhaupt nicht das Ziel des Spiels hier. Okay, gut. So, die Regie hat kurz übernommen und hat mich hier wieder zurück an den Anfang gesetzt. Was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir tschechische Igel. So, aber ich meine, als ich das gesehen habe in dem YouTube-Video, was ich nachts auf dem Handy geguckt habe, da gab es auch noch so eine Strecke... Anhalten? Da gab es auch noch so eine Strecke mit so ganz vielen Gräben. Also hier kann man dann auch hochfahren. So, das ist für den Panzer scheinbar kein Problem. Wahrscheinlich gibt es dann auch Panzer, wo das ein größeres Problem ist. Oh, ein Fluss. Aber der dürfte eigentlich auch kein großes Problem sein. Anhöhe. Der Motor keucht zwar ziemlich. Ich hoffe, der Motor ist für euch nicht zu laut, aber ich kann das sowieso nochmal neu abmischen. Dann ist hier der Graben, wo wir gescheitert sind. Was haben wir da? Sind das irgendwelche Fässer? Kann man daraus schießen? Habe ich nicht getroffen. Was ist denn hier dieser rote Pfeil? Ah, der rote Pfeil. Natürlich habe ich eine Parallaxe. Ich gucke natürlich nicht genau durch die Kanone, sondern ich bin so ein bisschen seitlich. Von da habe ich Parallaxe. Und das rote Kreuz ist wahrscheinlich das, wo dann mein Geschoss wirklich einschlägt. Das wird immer weniger, um desto weiter das Ganze weg ist. Aber wenn ich das Ding treffen möchte, muss ich natürlich so zielen. Das ist natürlich auch relativ realistisch dargestellt. Mann, mach hinne! Bums! Oh, die Feuereffekte sehen nicht ganz so genial aus. Ist das da unten? Irgendwo war sowas. Das waren so Betonklötze immer mit so einem Abstand zwischen. So, dass man dann dann daherfahren konnte. Oh, ich glaube der Hügel hat ihm den Rest gegeben. Komm mal zurück. Ganz langsam. Ganz, ganz langsam. Mal ganz langsam. Okay. Die kleine Knutschkugel hier kann auch nicht alles. Der Regie meint, ich soll es erstmal besser machen. Okay, ich habe die Knutschkugel versenkt. Schon wieder. Ich bin ein schlechter Panzerfahrer. So, jetzt sagt die Regie aber, ich soll es mal versuchen, es besser zu machen. Ich versuche es ja, es besser zu machen. Okay, die Regie sagt, ich soll folgendes sagen. Okay, ähm. SC. Quit Domain Menü. Yes. Und dann soll ich nochmal hier auf Sandbox gehen. Soll ich dann nochmal versuchen zu fahren oder was? Okay. Okay, ich drehe mich hier ein bisschen anders. Ähm. Warum ist an dem Panzer nichts dran? Warum steht die Kanone daneben? Okay, ich versuche mal hier die Kanone. Muss ich die drücken? Muss ich erst eine Kanone einbauen oder sowas? Okay. Essentials. Driver, Gunner, Loader, Montlet ist die... Ich habe schon ein paar Videos auf Englisch geguckt zu panzern. Geschützblende. Ja, die liegt ja hier. Ähm. Driver's Port und Gunner's Sight. Okay, hier liegt das. Kann ich das irgendwie nehmen? Kann ich die Kanone nehmen? Kann ich irgendwas mit... Okay. Oh, ist das... Oh, ist das cool. Ach, ich darf... Ich darf selber an dem Panzer rumspielen. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen... So. Er ist ja... Ach, ist... Ach, ich baue mir den Panzer selber irgendwie zusammen. Okay, was möchte ich denn haben? Möchte ich den schräg haben oder möchte ich den hier... Ja, machen wir den hier mal schlüssig. Was ist das? Tonk. Oh, geil. Ich weiß jetzt nicht, wer den Tonk kennt, aber ey, geil. Tonk. Gut, aber irgendwas ist rot. Ähm. Okay. Jetzt ist die Frage, mache ich das erst anständig oder mache ich sofort Panzer-Mobbing? Ich glaube, ich mache erst mal anständig. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen länger. Das war der Panzer in der Demo. Der war ja... Der ist ja, glaube ich, so ein bisschen angesteilt, dass er so ein bisschen nicht eng genug war. Okay, was kann ich hier machen? Hier kann ich so ein bisschen... Okay, das sieht sehr ungesund aus. Und die Regie sagt, Achtung, wenn ich dazu übertreibe, bei manchen Sachen glitschen sich manche Sachen fest. Aber ich hätte das gern, sodass das hier so einheitlich ist. Was ist das? Das ist was auf der anderen Seite. Okay, das ist Breite. So, hier. Breit gebaut, 100 Meter Handelbank. Nee, ich glaube, der Spruch ging irgendwie anders. Braun ge... Nee. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Das ist aber... So gut, was ist das? Das... Ah ja, okay, das war Länge. So, vier Räder. Das ist Breite. Das ist Höhe. Okay, hier, Flat is Justice. Aber ich mache da irgendwas rot. Was ist das denn? Internal Space. Internal Space used out of the total... Total Space available. Okay, Klingelständer. Ach, natürlich darf ich den Panzer nicht so klein machen. Ich muss da noch Platz haben. Das war ja das, wo ich gesagt habe, für das MG ist nicht genug Platz. Gut. Oh je, ich sehe ja ganz viel. Was ist das? Flat. Frontal Glaze. Okay, Flat is Justice. Flat ist immer gut. Ah, okay. Dann haben wir hier nochmal das Ganze als Slider. Okay, fühlt sich so ein bisschen an wie der Charaktereditor von Morrowind. Okay, bringt das was, wenn ich den hoch mache? Front. Alter, was man hier einstellen kann. Okay, gehen wir hier mal Tiger-Modus. Hier Tiger-Modus. Okay, hier kann ich dann so Art T34 hier... Aber lassen wir mal hier... Flat. Was ist ein Flat? Null Grad, würde ich sagen. Was, Alter. Okay, das ist irgendwas hinten? Das ist ja... Alter, das ist bestimmt so ein Baukasten, der dir erlaubt, wirklich jeden einzelnen Panzer der Welt nachzubauen. Ähm, Front-Front-Front-Front-Skirt. Das ist... Okay, jetzt habe ich hier Front-Skirt-Top. Äh. Okay, machen wir so eine Einheit-Front. Sag ich, bin ich im... Ach, das ist der Bug. Ich meine, dass sich das Bug nennt, hier vorne. Alter, ist das krass, was man hier einstellen kann. Aber das Nasentier sagt, ich soll mich mal ein bisschen beeilen, damit das Video nicht so lange ist. Okay. Äh, Lower. Äh, wie mache ich den Turm? Bei Torred. Genau. Okay, was kann ich... Oh, geil, hier kann ich so eine ZSU bauen. Hier, richtig, richtig breite Front-Front-Fixed. Ähm, Move Commander to Hall. Ach, das ist nicht drehbarer Turm wahrscheinlich. Okay. Hier, ähm, Triverse-Rate. Motor-Torque. Das ist wahrscheinlich der vom Motor... Alter, was gibt's hier nicht alles? Das ist der vom Motor auf den Turmkranz übertragene Drehmoment, ne? Und hier ist, wie viel Grad in der Sekunde sich das Ganze dann dreht. Äh, ist das... Hat das irgendeinen Nachteil-Ring? Kann ich das Ding ein bisschen höher? Front, ich möchte gerne den ganzen Panther so flach wie möglich haben. Land. Okay, hier kann ich dann so ein Mark-Cover bauen. So, aber irgendwann geht mir der Space aus. Äh, ich versteh das mit dem Space noch nicht ganz... Das sind Backen. Okay, Backen, Backen sind überbewertet. Brauchen wir nicht. Hide. Ach, bauen wir einfach so einen Kasten. Bauen wir hier einen Churchill-Panzer. Alter, fetter Turm. Aber ich glaube, ich mache hier irgendwas... Irgendwas, ähm... Rot. So, Hide. Ach so, kann man die noch höher machen. Aber ich glaube, Panzermobbing machen wir in der nächsten Folge. Wir versuchen hier ein bisschen anständig zu bleiben. Okay, kann ich den nochmal hier so ein bisschen... Anwinkeln? Aber nee, nee. So, Flat is Justice. So, Rear Preview. Obwohl, wenn ich da durchkomme, muss ich mich ein bisschen beeilen. Okay, ich würde mal sagen... Rear. Ja, machen wir auch alles flach. Machen wir hier so quadratisch praktisch gut. Aber ich habe hier irgendwie... Internal Space. Internal Space. Ähm... Internal Space. Okay, Regie sagt, das hier ist Hole. Das ist Wanne. Und das ist Turm. Okay, dass ich im Turm sehr viel Platz habe, ist mir klar. Okay, jetzt muss ich am Hallner ein bisschen was machen. Okay, okay, dass den aber länger zu machen bringt es nicht. Ich hätte den gern so. So, den... Ah, den breiter zu machen bringt ein bisschen was. Aber ich glaube, der ist mir zu breit. Der fällt doch dann sofort... Lass mich raten, bei meinem Glück fällt er doch sofort hier auf diese Rampe und bewegt sich da nicht mehr. Ich glaube, das muss ich irgendwo anders, muss ich hier... Irgendwas gut machen. Okay, das bringt es ja gar nicht. Ich hide einfach, oder? Okay, hide einfach. Ach, okay, die Regie sagt, gerade dadurch, dass ich kurz den Turm gefixt habe, ist meine ganze Mannschaft irgendwie in die, äh, ins... in die Wanne gewandert. Das muss ich fixen. Bei Crew wahrscheinlich. Bei Crew. Ähm... Commander, äh... Okay, ab in den Turm. Fahrer, muss natürlich da bleiben. Gunner, ab in den Turm. Okay, ändert sich. Und Lader, ab in den Turm. Dann darf ich wieder zurück zu... Base, zu Hull. Und darf dann das Ganze wieder niedriger machen. So, Alter, was man hier alles einstellen kann. Gut, dann müssen wir als nächstes zu Mobility. Powertrain, Twin Transmission, Clutch Brake. Ey, ich hab von Fahrzeugen so keine Ahnung, Alter. Ich lass das einfach mal so. Tracks. Layout Suspension. Ach, du je. Okay, darf ich das bitte einfach anfassen und dann irgendwas machen? Alter, okay. Das sind die Abrollen, aber ich möchte die Abrollen natürlich hier drunter haben. Lass mich raten, wenn ich die zu niedrig mache, komme ich nicht über den Graben. Deswegen machen wir mal die Rollen hier hin. Gut. Das ist, glaube ich, Two Sprocket. Das ist das, wo wirklich die Motorkraft dann draufgegeben wird. Das mache ich mal ein bisschen nach unten. Wenn das weiter unten ist, dann kommt man besser bei Gräben. Da habe ich ein bisschen was gelernt im Video, was ich gesehen habe. Kann ich ja sonst noch was antatschen. Sprockets, Vorwort. Nee, das gefällt mir ganz gut. Height. Sprocket. Ich glaube, Sprocket ist das Ding. Der Eidler müsste das Ding sein, oder? Habe ich hier Height. Ja, wenn er zu klein wird, wird das Grot. Ich hätte ihn gern größer gemacht. Okay, Space. Okay, dann geht er raus. Okay, dann kann ich hier noch einen machen. Der hängt dann aber doof in der Luft rum. Wenn ich hier den wegnehme, ist das wahrscheinlich auch sehr ungesund. Alter, was man hier alles machen kann. Junge, Alter. Werden sich ein paar von meinen Zuschauern freuen. Okay, jetzt kann ich hier noch mal die Road Wheels so ein bisschen verstellen. Kann ich das Ganze tiefer legen. Tiefer legen brauche ich jetzt. Jetzt habe ich Flashbacks an Need for Speed Underground. Jetzt brauche ich noch Unterbodenbeleuchtung. Ich glaube, drei große ist eine ganz gute Idee. Spacing. Ja, okay, die können noch ein bisschen weiter raus. Nein, muss nicht. Axis. Zwei. Per Group. Spacing. Nee, nee, nee. Drei Stück wären zu schauen. Gut, okay. Return Rollers. Ach, das sind die... Rollen, die so ein bisschen die Kette gespannt halten. Ja, ich glaube, die sind hier ganz gut positioniert. So, die müssen die Kette dann aber auch halten. Alter, was man hier alles machen kann. So, mit. Axis. Ja, ich möchte hier ein bisschen weiter nach vorne. Ja, so, das sieht ganz gut aus. Lass mich raten. Ich mache hier garantiert alles falsch und der Panzer bricht sofort zusammen und er bewegt sich gar nicht. Engine. Ja, moin. Zylinder. Guter Zweitakter. Dis... Displacement. Ist das der Hubraum? Okay. Zwei Zylinder, fünf Liter Hubraum. Okay. RPM. Idle RPM. Achso, das ist... Rotation die Minute im Leerlauf. Max RPM. Ja, hier. Gib ihm. Gib ihm. Power. HP. Das ist Horsepower. Horsepower pro Tonne. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie hier wirklich das Verhältnis sein muss. Okay. Dann haben wir hier 325 Pferdestärken. Das macht dann 10 Pferdestärke pro Tonne. Ich hoffe, das ist richtig. Transmi... Oh Gott. Kritisch. Okay. Gears. Ach, Gänge. Okay. Ähm, ich glaube, so 4 Gänge reichen. 4 Gänge. Gang 1, Gang 2, Gang 3. Ähm, Gears. Okay, 4 Gänge. Drive Gears. Reverse Gear. Äh, das ist Rückwärtsgang. Oder 4 Rückwärtsgänge, 4 Vorwärtsgänge. Ich glaube, wir machen mal hier... Sollen wir mal... Okay, wir machen mal einen französischen Panzer. 1 Vorwärtsgang. 10 Rückwärtsgänge. Ne, okay, Mobbing, Mobbing kommt fast anders. Okay, 2 Rückwärtsgänge und hier 6 Gänge. Fuel. Ach, das ist... Ah ja, genau. Um desto größer mein Tank ist, um desto weniger Platz habe ich. Ich glaube, so richtig lang fahren will ich ja nicht. Ich glaube, so 10 Liter. 10 Liter. Die wiegen 140 Kilo. Space Used. Ähm, 0,11 Kubikmeter. Capacity. Flanders. Was ist das? Ach, das sind hier die... Ähm... Ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch. Sections. Okay, ich kann hier mehrere Sections... Hier kann ich so ein bisschen hier den KW1 Look machen. Offset. Ja, moin. Warum nicht? Okay, ein bisschen weiter nach vorne ist wahrscheinlich gar nicht schlimm Angle. Ach, ich kann hier wirklich den Winkel von den Klappen hier vorne, von diesen Staubschlussklappen einstellen. Rear Offset. Äh, muss schon ein bisschen nach hinten gehen. So, ja, ich soll mich ein bisschen beeilen, weiß ich. Gut, äh, Firepower. Dann... Genau, Montlets... Montlets braucht ich doch. Okay, dann haben wir ja ein Montlet. Und da haben wir da ein Medium. Light, Medium Heavy. Medium. Was haben wir denn hier? Diese typische Panzer IV Blende. Okay. Ich kann hier einfach hier unten einbauen. Riesenturm, aber... Ah, Hauptsache hier unten. Kann ich der auch hinten? Ja, aber ich kann die irgendwie hier hinbauen. Aber ich glaube, Mobbing machen wir mal anders. Aber ein bisschen Mobbing muss sein. Wir tun das hier so in die Seite, damit sich der Panzer schön jedes Mal dreht. Ah, okay. Da kommt automatisch schon eine Kanone raus. Das ist ja schön. So, Review. Ach so, da kann ich hier den Winkel einstellen. Gut. Äh, Torque. Was ist das denn? Kann ich da die Kanone mit dem Motor heben lassen? Amor. Show. Base. Ah. Ich kann hier die Panzerung einstellen in Millimetern. Gut. Montlet... Montlet bewegt sich irgendwie nicht. Gut. Ähm, Cannon. Okay, jetzt kommt hier natürlich das Interessante. Jetzt kann ich hier... Ich kann hier die Länge einstellen. Start Sickness. Okay, eine, die an der Basis relativ dick ist. End Sickness. Base Barrel? Okay, kann ich noch länger machen. Okay, Start Sickness. So, nee, nee. Die machen wir schön dünn. Kaliber. Mal gucken. 250. 250. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel für den Panzer. Mal gucken, bis wohin können wir gehen. Na ja, 135. Challenge. Ach so, das ist dann die Länge von der, ähm, Patrone sozusagen. Muddle Velocity. Fast 1000 ms. Ist ja gut. Penetration. Penetration. 200 mm Penetration. Penetration. 95% Burn-Off. Das weiß ich nicht. Accuracy. Ach so, das ist der, ähm, Steuerkreis auf 100 m. 12,6 mm. Base Reload Time. Base Reload Time. 13 Sekunden. Okay. Damage. Auch relativ hoch. Fragments 5. Counterweight. Ach, das ist ein Gegengewicht. Ich glaube, die haben so ein, äh, machen wir mal hier so 100 Kilo Gegengewicht. So, Ammo. Okay, hier kann ich mir nur aussuchen. Ach, das ist, wie viel ich im Hall habe und wie viel ich im Torred habe. Wenn ich damit runtergehe. Ah, spare ich nochmal ein bisschen Platz. Ich glaube, so viel brauchen wir, nicht? Ich mache mal jetzt 10 Schuss. 10 Schuss in der Wanne und 15 Schuss oben im Turm. 10. Ist ein bisschen komisch, auf 10 zu kommen. Okay. Wir brauchen jetzt den Drivers Port. Okay, der muss ja auch irgendwo einsteigen. Wo ist denn das? Okay, das ist die Crew. Ähm, Crew Member. Okay, könnte ich auch runter machen, aber die haben ja alle Platz. Von daher müsste das in Ordnung gehen. Ach, hier ist es. Ah, hier ist die Tür, die ich gesehen habe. Okay, wieso immer zwei Stück davon? Hier, ich glaube, ich lasse sie einfach mal hinten am Turm einsteigen. So, sie sieht doch schnieker aus, sowas, ne? Oder ist das das Drivers Port? Wieso habe ich da immer zwei von? Irgendwas, ah, hier. Okay, gut. Dann haben wir hier dann die Tür. Machen wir die mal hier hin. Also, wenn die nach da aufgeht, mache ich die hier hin. Die wird aber ein bisschen versperrt durch das Ding hier. Ist das schlimm? Also, dann hätten wir den Drivers Port. Sehr gut. Aber ist immer noch rot. Ach so, okay. Regie sagt gerade, das ist bei Viewports. Okay, Viewports. Ach, lass mich raten. Das ist für die Kanone. Damit er mit der Kanone auch gucken kann. Aber was passiert denn, wenn ich dem die Kanone gucke, Schlitz? Irgendwohin tue. Hier unten hin. So, Kanone. Und das ist dann der Fahrerschlitz. Okay, ein bisschen Gruppenkuscheln im Panzer. Der kommt direkt daneben. Okay, diese Bälle. Der Ball ist gerade rot geworden. Okay, der Ball ist wahrscheinlich da, wo die Leute sitzen. Okay, dann kriegt der Fahrer, genau umgekehrt, dann kriegt der Fahrer hier oben seinen Schlitz hin. Sehr gut. Aber die Bälle sind rot. Aber ansonsten scheint alles okay zu sein. Was brauche ich noch? Das ist noch irgendwie so ein Side. Hier hin. Commanderkuppel. Na, so eine klassische Commanderkuppel. Ist auch nicht schlecht. Direkt hinter die Kanone, was eigentlich gar nicht geht, weil da ja die Kanone ist. Kriegt der Commander bei jedem Schuss einfach die Kanone zwischen die Beine. Warum nicht? Okay, jetzt ist hier diese Bubble grün. Gut, Antenne. Ja, wieso nicht? Funkausrüstung. Okay, die Antenne wird einfach abgeknickt, wenn sich der Turm dreht. Und hier ist der Wäscheständer. Ach so, der Wäscheständer ist eine Antenne. Okay, das war in Wirklichkeit kein Wäscheständer. Das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass es eine Antenne ist. Aber es sieht relativ cool aus, wenn man den... Machen wir das mal so hier hin. So, Storches, also Aufbewahrungskram. Der sieht ein bisschen klein aus hier hinten. Kann ich das nicht hinten dran? Warum wird das mal größer, mal kleiner? Und warum verschwindet das teilweise? So, hier hin. Gut, okay, jetzt sind wir noch die Crew. Ich dachte, ob ich das vielleicht in der Größe einstellen kann. Hier eine Werkzeugkiste. Ja, warum nicht? Warum machen wir die Werkzeugkiste nicht hier vorne so als zusätzliche Panzerung? Gib ihm. Lights, okay. Machen wir hier vorne. Jetzt wäre das... Wo habe ich das denn? War das das hier? Oh, ne, jetzt leuchtet der Panzer einfach. Ist das das hier? Ah, genau, das ist das. Das ist relativ praktisch. Dann kann man die auch immer so schön symmetrisch... Komm, mach mal hier vorne so Froschaugen. Dann Utilities. Ach, hier sind die ganzen Sachen. Hier so ein bisschen Baumstämme. Man kann dann halt nie genug Baumstämme haben. So, der Panzer sah mir nämlich ein bisschen leer aus bis jetzt. Hier Baumstämme. So, hier Werkzeug. Hier nochmal Werkzeug. Hier Copy-Paste. Man kann halt nie genug Feuerlöscher haben, falls der Panzer mal anfängt zu brennen. Was ist das? Abschleppkabel. Oh, das sieht komisch aus. Muss ich wieder ausmachen. Machen wir hier mal so ein Abschleppkabel drauf. Haben wir hier... Ah, genau. Axt zum Prügel rausschmeißen. Hier unter den Werkzeugkoffer, damit man auch immer gut drankommt. Ich weiß schon, das wird schon ein bisschen mehr Mobbing. Okay, was ist das? Das ist noch ein Kabel. Da ist mein Panzer ein bisschen zu klein für. Ey, was ist das denn? Was ist denn das? Wozu braucht man das? Wozu ist das gut? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, Abschlepphaken. Ja, okay, da wird einfach am Turm abgeschleppt. Warum nicht? Das ist ein... Kriege ich ein Mouse-Over? Keine Ahnung, wozu das gut ist. Was ist das? Das sieht aus wie ein umgedrehter Feuermelder. Und das ist... Lass mich raten, das ist ein Extratank. So, dann möchte ich hier aber symmetrisch haben. So, Extratank. Ja gut, hier vorne drauf. Anti-Infantry. Ah, okay, jetzt verstehe ich natürlich, warum die Nase in der Lage war, das Ding hinten dran zu packen. So, das mache ich aber auch. Hier, so Maschinengewehre und zwar zwei Stück hinten dran. So, was ist das? Ach, das ist so eine... So ein zusätzlicher Turm. Okay, jetzt mal hier nicht in mich. Und dann hier. Ich habe gehört, du magst Türme, also packe ich dir einen Turm auf den Turm. Kann ich auf den Turm noch einen Turm? Ah, schade. Warum habe ich eigentlich keine zweite Kanone? Also, wenn ich schon dabei bin, möchte ich noch eine zweite Kanone. Okay. M2HB Browning. Brauche ich jetzt nicht. Spectral. Ach, das ist das Ding, was hinten an einem FT-7 aus dem Ersten Weltkrieg dran ist. Das hilft den Panzern dabei, so über die Gräben zu kommen. Das habe ich gesehen in dem Video, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das was nützt, wenn ich das jetzt hier dran mache. Ich möchte es auf jeden Fall mittig dran machen. Dieses Ding hilft, kleinen, kurzen Panzern noch so ein bisschen über Gräben zu kommen, damit die nicht da reinkippen. Und so wie es gerade aussieht, würde das wahrscheinlich sogar ein bisschen helfen. Okay, das sind Panzerplatten. Okay, aber das Nasentier sagt, ich soll ein bisschen Hinne machen. Und dann... Okay, nicht vergessen zu speichern. I'm successfully saved as Mark 17S Blueprint. Okay, und... Hier ist es, oder? Okay, der Turm kann sich schon mal drehen. Mal gucken, ob es fahren kann. Okay, ich drücke geradeaus. Nein! Es kann nicht fahren. Dann ist es wahrscheinlich für den Motor, den ich eingestellt habe, einfach zu schwer. Also es passiert nichts, wenn ich nach vorne drücke. Mal gucken, ob ich damit schießen kann. Bums! Ja, okay, der Schuss geht viel zu hoch. Ja, und... Und genau, ich sehe gerade, ich habe ja den Seeschlitz für die Kanone einfach in die Wanne eingebaut. Das heißt, ich weiß gar nicht, wann ich schieße. Ach, ist das cool. So, okay, wir sind bei 30 Minuten. Das wäre ein bisschen zu lange Folge. Dann würde ich sagen, falls ihr die Folge nicht verpassen wollt, wo ich wahrscheinlich dann dafür Sorge tragen werde, dass dieses Ding sich auch bewegt, wenn es versucht zu fahren. Falls ihr diese Folge nicht verpassen wollt, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr eins von meinen Videos gucken und ein anderes Video gucken. Dann kenne ich nochmal hier kurz die Antenne ab und sage, bis zum nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal.